Und jetzt hören Sie den Titel, mit dem Ich und Ich an den Start geht, für Berlin, zusammen mit Mohamed Munir. Hier ist Ich und Ich mit Jasmin. Hoffnung in Gestalt, dein Name steht geschrieben, auf den Mauern dieser Stadt, denn du bist die Ernte, die Frucht und die Saat. Du bist der sanfte Fluss, der meine Gärten zweit, du holst alles aus mir raus, du bist alles, was ich weiß. Du bringst selbst deinen Felsen zum Glühen, mein Atem, mein Herzschlag, mein Leben, ihr Spiel. Ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin das Settel, du die Krone, wir sind Erbe und Flut. Du bist der Himmel, ich die Erde, wir sind Feuer und Glut. Du bist die Mündung eines Deltas, meine Muschel im Sand. Ich trage dich auf Flügen, durch Sturm an das Land. Ich trage dich auf Felsen zum Glut. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin discarded bei dir... Oh Yes Me 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 Jasminer, Jasminer, Jasminer. Ich und ich und Ben. Das ist die aktuelle Scheibe von Ich und ich, da ist der Titel auch drauf. Jasminer, Jasminer auch mit Mohammed Munir. Wahnsinn, auch für seinen Tanzstil ist der einfach sehr bekannt. Muss man sich mal abgucken. So, morgen bei uns zu Gast die Kandidaten für Thüringen, Norman Sinn und Rio. Max Mutzke ist morgen bei uns zu Gast und der Cartoonist Ralf Rute. So, und jetzt kommt Two and a Half Men. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Tschüss, bis morgen. Ich und ich. Bis zum nächsten Mal.